Es ist ein sonniger Montagmorgen. Arbeitsbeginn in der Chemie. Die Auszubildenden Mia und Lukas erzählen sich die Neuigkeiten vom Wochenende. Nur Lukas ist heute nicht so richtig bei der Sache. Was ist nur mit ihm los? Lukas macht sich Sorgen. Nach seiner Chemikantenprüfung möchte er gerne den Industriemeister machen. Aber er hat keine Ahnung, wie er die Weiterbildung bezahlen soll. Hast du schon mit unserer Personalleitung gesprochen? Fragt Mia. Lukas schaut sie entgeistert an. Warum sollte sein Unternehmen ihm diese Ausbildung finanzieren? Ganz einfach, meint Mia. Wenn du dich beruflich weiterbildest, kann das auch für das Unternehmen interessant sein. Denn die Anforderungen an die Berufe steigen. Und je qualifizierter du bist, umso besser kannst du eingesetzt werden. Lukas ist plötzlich hellwach. Mia weiß sogar noch mehr. Das Unternehmen hilft nämlich nicht nur bei den Studiengebühren. Mitarbeiter, die sich weiterbilden, werden durch verschiedene Maßnahmen unterstützt. Zum Beispiel durch flexible Arbeitszeiten oder durch Bildungsurlaub. Einige Betriebe stellen dir auch Mentoren aus dem Betrieb zur Seite. Das sind erfahrene Kollegen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen an dich weitergeben. Oft finanzieren die Arbeitgeber zusätzlich noch die notwendige Literatur und das Bahnticket. Und wenn du dich richtig ins Zeug legst, gibt's auch vom Staat noch Geld. Zum Beispiel Stipendien oder MeisterBAföG. Na Lukas, ist das was? Hey, aufgewacht! Und ab mit dir in die Personalabteilung. Die coachen dich zum Meistertitel. Alle Förderprogramme zur Weiterbildung findet ihr auch online unter www.berufskompass-chemie.de. Vielen Dank.